Der Prolog von Ochrit vom 14. November Gedenken Der heilige Apostel Philippus wurde wie Petrus und Andreas in Bethsaida am See Genazareth geboren. Von Jugend auf in den heiligen Schriften unterwiesen, reagierte er sofort auf den Ruf des Herrn Jesus und folgte ihm nach. Johannes 1, Vers 43 Nach der Herabkunft des Heiligen Geistes verkündete er furchtlos das Evangelium in vielen Regionen Asiens und Griechenlands. In Griechenland wollten ihn die Hebräer töten, doch der Herr rettete ihn durch seine machtvollen Wunder. So wurde ein hebräischer Hohepriester, der vorstürzte, um Philippus zu schlagen, plötzlich blind und ganz schwarz. Dann bebte und öffnete sich die Erde und verschlang Philippus' bösen Verfolger. Viele andere Wunder geschahen, besonders Krankenheilungen, wodurch viele Heiden an Christus glaubten. In der früchischen Stadt Hierapolis widmete sich der heilige Philippus der Verkündigung des Evangeliums gemeinsam mit seiner Schwester Mariamna, dem heiligen Johannes den Theologen und dem Apostel Bartholomeus. Es gab in dieser Stadt eine gefährliche Schlange, die die Heiden fleißig fütterten und als Gott anbietet. Gottes Apostel tötete die Schlange mit dem Gebet wie mit einem Speer, doch er zog auch den Zorn der unerleuchteten Menschen auf sich. Die boshaften Heiden ergriffen Philippus und kreuzigten ihn mit dem Kopf nach unten an einem Baum. Und dann kreuzigten sie auch Bartholomeus. Da öffnete sich die Erde und verschlang den Richter und viele andere Heiden mit ihm. In großer Furcht eilte das Volk, die Apostel zu retten. Doch nur noch Bartholomeus war am Leben. Philippus war bereits gestorben. Bartholomeus weihte Stachis zum Bischof für jene, die er und Philippus getauft hatten. Stachis war 40 Jahre lang blind gewesen und Bartholomeus und Philippus hatten ihn geheilt und getauft. Die Reliquien des heiligen Philippus wurden später nach Rom gebracht. Dieser wundervolle Apostel erlitt das Materium im Jahr 86 in der Zeit des Diokletian. Der heilige Gregorius Gregor Palamas, Erzbischof von Cessaloniki. Gregors Vater nahm im Hof des Kaisers Antronikos II. Paläolorus eine hohe Stellung ein. Nach Abschluss der höheren Schule wollte Gregor nicht in den Dienst des Kaiserhofs treten, sondern zog sich auf den heiligen Berg zurück und wurde zum Mönch geweiht. Er führte sein asketisches Leben im Kloster Vatopedi und in der großen Lavra. Er führte den Kampf gegen den Heretiker Varlam und besiegte ihn schließlich. Er wurde zum Metropoliten von Cessaloniki im Jahr 1347 geweiht. Er ist als Asket, Theologe, Hierarch und Wundertäter verherrlicht. Die allheilige Gottesgebärerin, der heilige Johannes der Theologe, der heilige Dimitrius, der heilige Antonius der Große, der heilige Johannes Rhesosimus und Engel Gottes erschienen ihm und verschieden zu verschiedenen Zeiten. Er leitete 13 Jahre lang die Kirche in Cessaloniki. Davon verbrachte er ein Jahr in der Gefangenschaft der Sarazenen in Kleinasien. Er entschlief in Frieden im Jahr 1360, nach anderen Quellen 1359 und bezog seine Wohnstadt im Reich Gottes. Seine Reliquien ruhen in Cessaloniki, wo ihm eine schöne Kirche geweiht ist. Der heilige Justinian, Kaiser von Byzanz, war ein gebürtiger Slabe, wahrscheinlich ein Serbe aus der Region Skopje. Sein slawischer Name war Obravda, Wahrheit, Gerechtigkeit. Er folgte im Jahr 527 seinem Onkel Justin auf den Thron. Die Größe dieses Kaisers ist untrennbar mit seinem tiefen Glauben an die Orthodoxie verbunden. Er glaubte und lebte dem Glauben entsprechend. Während der großen Fastenzeit aß er weder Brot noch trank er Wein, sondern aß nur Gemüse und trank Wasser. Und auch das nur jeden zweiten Tag. Er führte Krieg gegen die Barbaren von der Donau, weil diese ihre Gefangenen kastrierten. Dies offenbart seine große Nächstenliebe. Justinian war sowohl im Krieg als auch in seinen Werken glücklich und erfolgreich. Er baute viele große und schöne Kirchen, von denen die schönste die Hagia Sophia in Konstantinopel war. Er sammelte und überarbeitete und veröffentlichte das römische Recht und er ließ selbst viele strengen Gesetze gegen Unsittlichkeit und Lasterhaftigkeit. Er komponierte die Hymne Einzigeborener Sohn und Wort Gottes, die seit dem Jahr 536 in der Liturgie gesungen wird. Er berief das Fünfte Ekumenische Konzil von 553 ein. In Frieden schlief er im Alter von 80 Jahren und bezog seine Wohnstadt im Reich des himmlischen Königs. Lobeshymne Der heilige Justinian, Kaiser von Byzanz Justinian, groß und glorreich, Knecht des Kreuzes und rechtgläubiger Kaiser, errichtete eine Kirche zu Ehren der Weisheit Gottes, eine Kirche, die Bestand habe bis zur Schwelle der Ewigkeit, eine andere Sonne, die auf Erden leuchte, um die Generationen zu wärmen, eine Kirche zur Anbetung des gleichgewordenen Wortes, in der man zur Erkenntnis der Schönheit Christi käme und der unermesslichen Höhe des Königreichs Gottes. Und wie in der Höhe der unermesslichen Tiefe und wie in der Tiefe der unermesslichen Weite und wie in der Weite der unermesslichen Länge, wie die Sonne an einem Sommertag, leuchtete die Krone des Kaisers Justinian, leuchtete die Krone des Knechtes Gottes, des Weisesten in seiner Weisheit, des Mächtigsten in seiner Macht und in seinem Glauben des Gläubigsten. O großer rechtgläubiger Kaiser, niemals altern deine Kirchen. Dein Glaube leuchtete auf die Welt mit dem Strahlenglanz des rechtverherrlichten Christos. O heiliger Kaiser, bete zu Christus, dass der Glaube der Zeit widerstehe. Betrachtung Der heilige Rorius Palamas erfuhr viel durch himmlische Besuche. Als er drei Jahre in der Stille in einer Zelle in der Nähe der großen Lave verbracht hatte, kam für ihn die Zeit unter die Menschen zu gehen und ihm durch seine große Kenntnis und Erfahrung zu helfen. Gott verdeutlichte ihm das in einer seltsamen Offenbarung. Eines Tages sah Gregor im Halbschlaf in seinen Händen einen Schlüssel, überfüllt mit Milch gefüllt, die sich nach und nach in Wein verwandelte, der dann über den Rand der Schlüssel trat und seine Hände und Kleider benetzte. Dann erschien ein lichtumflossener Jüngling und sagte zu ihm, Warum teilst du nicht mit anderen diesen wundervollen Trank, den du so sorglos vergeudest? Oder weißt du nicht, dass dies eine Gabe der Gnade Gottes ist? Darauf erwiderte Gregor, Doch wenn es in dieser Zeit keinen gibt, der die Notwendigkeit eines solchen Trankes erkennt und dem ich ihn erreichen könnte, Da sagte der Jüngling zu ihm, Auch wenn es keine gibt, die nach einem solchen Trank dürsten, musst du deine Schulden bezahlen und darfst eine solche Gabe nicht vergeuden. Gregor deutete die Milch dahingehend, dass sie das gewöhnliche Wissen in Bezug auf das sittliche Leben und Verhalten bedeute, über das die Maße der Menschen verfügt, den Wein aber, dass dieser die Kenntnis der Dogmen bedeugnete. Ein zweites Mal schloss sich Gregorius in einem Kloster ein und studierte und schrieb dort. Am Fest des Festes des heiligen Antonius dem Großen riefen ihn die Mönche zum Armgottesdienst, doch er blieb, um in seiner Zelle zu arbeiten, während alle Brüder in die Kirche gingen. Plötzlich erschien ihm der heilige Antonius und sagte, Vollkommene Stille ist gut, doch manchmal ist es notwendig, mit den Brüdern zusammen zu sein. Von dieser Vision überzeugt, ging Gregorius zur Freude aller Mönche sofort in die Kirche. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Schöpfung des Lichts. Wie Dunkelheit über der ganzen gestaltlosen Erde herrschte. Wie Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wie Gott das Licht von der Finsternis trennte und Tag und Nacht wurden. Homilie über Paulus den Gefangenen Ich, Paulus, der Gefangene, Jesu Christi, für die Heiden. Epheser 3, Vers 1 Dieser Apostel Christi, meine Brüder, nennt sich der Gefangene Christi. Wie kann der Apostel ein Gefangener sein? Ist ein Gefangener nicht gefesselt? Er ist es. Und der Apostel liegt in Fesseln. So fest gefesselt durch die Liebe Christi, dass keine andere Fessel auf Erden so stark zu spüren ist. Der Apostel war in seinem Geist so stark an den Herrn Jesus Christus gebunden, dass er nichts anderes außer an den Herrn Jesus Christus denken konnte. Der Apostel war in seinem Willen auch so fest an den Herrn Jesus Christus gebunden, dass sein Wille nicht mehr sein eigener war, sondern völlig dem Willen seines Vaters unterworfen. So liebt er, was Christus liebt, denkt, was Christus denkt und wünscht, was Christus wünscht. Heißt es nicht, gefesselt zu sein? O seelige Fesseln, nicht zur Schande, sondern zur Herrlichkeit, nicht zur Zerstörung, sondern zur Röttung. Daher ist Christus völlig der Herr über das Leben des Apostels, sowohl im Äußeren als auch im Inneren. Sowohl im Äußeren als auch im Inneren hilft er ihm aus den Versuchungen heraus. Im Äußeren wie im Inneren offenbart er ihm die Wunder seiner Vorsehung. Und im Äußeren wie im Inneren führt er ihn zu vollkommenen mit dem Guten um seine Rettung und der Rettung vieler anderen Willen. Lass doch uns, meine Brüder, uns dem Herrn Jesus Christus überantworten, wie es sein Aposteltat. Denn dann werden wir in den sichersten Händen und auf dem sichersten Weg sein. O Herr Jesus Christus, unser großer und wundervoller Herr, binde uns an dich, lege uns dein Joch auf in Ewigkeit, in dieser und in jener Welt. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.